Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüssen zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch und verlässlich. Gut gelaunt hier im Januar 2024 in einem bewegten, aufgewühlten und auch fast schon etwas sturmgepeitschten Januar, vor allem wenn wir nach Deutschland blicken. Und deshalb tut es natürlich gut, wenn wir hier vor diesem prächtigen Kolossalgemälde aus dem Nationalratssaal der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ich weiss nicht, ob mein Studiogast das schon kennt, das ist die Wiege der Eidgenossenschaft, der wunderschöne Vierwaldstättersee mit der Rütliwiese, wo Friedrich Schiller einst unsterblich das Drama des Wilhelm Tell in sprachliche Verse gefasst hat, die uns heute noch begeistern. Und ich kann mir eigentlich keinen besseren Studiogast vorstellen, als den Mann, den Sie jetzt neben mir sehen. Ein Mann, der natürlich die deutsche Kultur und auch über die deutsche Kultur hinaus sozusagen die Historie aus dem FF kennt. Er ist promovierter, habilitierter Philosoph. Ich habe ihn schon während meines Studiums gekannt. Er ist ein Mann von grosser Vielseitigkeit in den Medien beschlagen, im Fernsehen, bekannt aus Funk und Bildschirm, wie es heisst, in vielen Talkshows schon aufgetreten, auch publizistisch in der Weltwoche. Und er war bis zu seiner Emeritierung, wobei man ihm das nicht ansieht in seiner Jugendlichkeit, war er Professor für Medienwissenschaft an der TU Berlin, also an der ETH der Berlin, Berlin könnte man sagen, an der Technischen Universität. Ich begrüsse ganz herzlich hier bei mir Professor Norbert Bolz. Ja, herzlich willkommen. Vielleicht fangen wir mal mit einem ganz schrägen Einstieg an. Was empfinden Sie, wenn Sie auf dieses Bild des Vierwaldstädters sehen, die Wiege der Eidgenossenschaft, Wilhelm Tell, Rütli-Schwur und so weiter, was löst das in einem deutschen Philosophen aus? Ja, nicht nur dieses Bild, sondern das, was mir meist widerfährt, wenn ich in der Schweiz bin oder mit Schweizern in Kontakt komme, doch ein tiefer Neid auf eine solche wunderbare Tradition und auf die Selbstständigkeit und Souveränität der Schweiz politisch, aber auch, wie ich finde, lebensartlich. Also man hat immer das Gefühl, obwohl ich nicht intime Kenntnisse der Schweizer Verhältnisse oder der sozialen Verhältnisse dort habe, aber man hat immer das Gefühl, das ist ein selbstbewusstes Volk, das geht seinen eigenen Weg. Es wird weltweit beneidet, eben auch von mir. Und ja, in vielen Dingen freue ich mich, wenn die Schweiz nicht alles nachmacht, was wir vormachen. Also wenn man etwa ein anderes Land, das ich auch sehr mag, Österreich, anschaut, da habe ich immer ein bisschen das Gefühl, die kopieren unsere Dummheiten etwas schwächer und mit zeitlicher Verzögerung, aber dann letztlich doch, wenn die Schweiz da doch souverän bleibt. Und ich hoffe, das bleibt noch lange so. Also die Schweizer sagen, die Deutschen machen alles perfekt, auch den grössten Blödsinn. Und wir Schweizer machen es einfach etwas später und homöopathisch verdünnt. Ja, das ist vielleicht eine gute Lösung. Auf jeden Fall hat das doch dazu geführt, dass die Schweiz ein, wie soll man sagen, ein Paradies mitten in einer immer mehr wahnsinnig werdenden Welt wird und dass die Nähe zu Deutschland noch nicht toxisch gewirkt hat. Also grossartig. Ich hoffe, es bleibt so. Waren Sie schon in Luzern? Waren Sie eigentlich schon mal in dieser Wiege der Eidgenossenschaft? Haben Sie sich diese zerklüftete Berglandschaft, wo die Schweiz entstanden ist, mit Karl Popper, dem bedeutenden Philosophen, die Freiheit aus den Bergen, haben Sie sich das schon mal persönlich angeschaut? Ja, ich habe das gemacht. Ich muss jetzt allerdings zugeben, dass ich die Schweiz in jungen Jahren häufiger besucht habe, weil paradoxerweise ich mir die Schweiz damals eher leisten konnte als heute. Ich hoffe, ich trete da den Schweizer nicht zu nahe, aber das ist doch immer mehr gewissermaßen zum Luxus geworden, einen Schweiz Urlaub zu machen. Deshalb beschränke ich mich in den letzten Jahren darauf eingeladen zu werden. Gott sei Dank passiert das hin und wieder. Ja, auch von Ihnen manchmal. 35.000 Deutsche verlassen jedes Jahr die Bundesrepublik in Richtung Schweiz. Sie halten hier die Stellung. Sie sind noch nicht ausgewandert. Also Sie glauben an Deutschland, Herr Professor Bolz. In der Tat, ich bin nicht pessimistisch. Allerdings glaube ich nicht an das Deutschland der Ampel oder an das Deutschland der nächsten 15 Jahre, sondern ich glaube fest daran, dass die gegenwärtige Entwicklung eine Dynamik entwickelt hat, die letztlich zu einem Mentalitätsumschlag führen wird. Oder um es einfacher zu sagen, ich bin fest davon überzeugt, in durchaus absehbarer Zeit wird eine skeptische Generation wieder antreten in Deutschland und wird zu einer vollständigen Umwertung der jetzt aktuellen Werte beitragen. Und dann wird es auch wieder aufwärts gehen, denn ich bin eigentlich kein Anhänger der These vom Untergang des Abendlandes und sei es auch nur in Form der Untergang von Deutschland. Es ist zwar vieles richtig an der berühmten These von Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Dafür spricht wirklich empirisch sehr, sehr viel. Aber trotzdem, à la longue, wird der Wahnsinn implodieren, den wir im Moment beobachten. Ja, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen westlichen Ländern auch. Aber bei uns besonders zugespitzt. Und aus dieser Implosion heraus wird dann auch wieder etwas Neues, Gutes entstehen. Da bin ich eigentlich ganz sicher. Bevor wir die einzelnen Problemzonen etwas durchmessen und vielleicht auch die tieferen Ursachen, dieses Malaise, dieses Unbehagen, dieses zum Teil dieser brodelnden Unzufriedenheit, die sich auch auf den Strassen derzeit etwas austobt und zu beobachten ist. Bevor wir das anschauen, vielleicht noch die Lichtblicke. Was gibt Ihnen Hoffnung? Was ist das, was Sie sozusagen an Deutschland nicht verzweifeln lässt? Oder mit Heine formuliert, was Ihnen in der Nacht noch nicht den Schlaf raubt, wenn Sie an Deutschland denken. Was gibt Ihnen Hoffnung derzeit mit Blick auf Deutschland? Viele haben ja nicht mehr so die Hoffnung und eben viele Ihrer Landsleute wandern aus. Wo ist das Positive im Moment Ihrer Meinung nach? Also ich sehe im Grunde zwei Quellen für Optimismus bei uns. Das ist zum einen das unbezweifelbare Faktum, dass wir immer noch eine unglaublich robuste Wirtschaft haben. Die Zahlen gehen zwar nach unten in Deutschland, wahrscheinlich das einzige Industrieland, wo wir Minuszahlen sogar haben. Also das macht schon sehr bedenklich. Aber trotzdem, es gibt einen Bereich in Deutschland, wo wirklich noch Leistung gezeigt wird, wo wirklich noch hart gearbeitet wird. Also wenn ich so an diesen Bereich Hessen, Baden-Württemberg, Bayern denke, da ist die Welt vielfach noch in Ordnung, könnte man sagen. Und die Verrücktheiten, die konzentrieren sich sehr hier bei uns in Berlin, aber auch natürlich in anderen großen Städten. Aber es gibt nach wie vor diese leistungsfähigen Leute. Es gibt so etwas wie den großartigen deutschen Maschinenbau nach wie vor. Es werden auch immer noch fantastische Autos gebaut, wenn auch zum Teil schon im Ausland, aber eben mit deutschem Know-how. Und ich glaube... Das Zweite, ja. Und Sie haben wirklich noch eine zweite? Ja, und das Zweite ist für mich eben jetzt neben diesem wirtschaftlichen Aspekt oder dem Leistungsaspekt, die schlichte Tatsache, dass ich in meinem persönlichen Umgang, das ist natürlich eine kleine Welt, aber auch in dem Umgang mit Leuten über soziale Medienkontakte, also über die wunderschönen Sachen, die es jetzt gibt, wie Twitter und ähnliches mehr, dass man da doch dann das Gefühl bekommt, du bist da nicht der Einzige, der so die Dinge betrachtet. Sehr, sehr viele Leute, intelligente Leute, die das auch noch mit Humor nehmen, was ich sehr wichtig finde, dass man sich also nicht in Trübsal hinein manövrieren lässt, sondern dass diesen Wurkenquatsch auch wirklich humoristisch aufspießt und mit Satire und Ironie versucht, das Ganze zu meistern. Da gibt es erstaunlich viele Leute, mit denen man, sei es auch nur indirekt, hier über die sozialen Medien in Kontakt kommt. Und ich bin eben auch überzeugt, dass es nach wie vor so etwas wie eine schweigende Mehrheit gibt. Die Tatsache, dass überall aus den Megafonen, aus den Mikrofonen, aus den Sendern dieses Unisono der Wokeness kommt, das sollte einem nicht täuschen. Die meisten Deutschen sind noch bei Trost. Und es fehlt ihnen im Grunde nur an Artikulationsmöglichkeiten. Das ist übrigens ein uraltes Syndrom, dass die Leute, die den Laden am Laufen halten, dass die die unartikuliertesten sind. Während die Mundwerksburschen wie Gehlen, die man so schön genannt hat, gar nichts machen. Arnold, Gehlen. Ja, aber das sind die Leute, die unentwegt den sogenannten Diskurs prägen. Und da sollte man sich nicht täuschen lassen. Also wir können zusammenfassen, diese erste optimistische Annäherung an unseren Gegenstand. Vielleicht nicht Deutschland schafft sich ab, aber ein bestimmtes Deutschland. Vielleicht ein Deutschland einer bestimmten Ideologie, einer grünen Ideologie. Ein Kollege von Ihnen, der Historiker, Professor Andreas Röder, hat kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch in der Weltwoche, diesem Gedanken hoffnungsfroh Ausdruck gegeben, nämlich die deutsche, Entschuldigung, die grüne Hegemonie. Sie sei am Abtanken. Erleben wir jetzt in Deutschland eine Götterdämmerung der Grünen, der Linken und auch etwas dieser Woke-Philosophie, die Sie bereits angesprochen haben, sofern es überhaupt eine Philosophie ist. Ja, das ist keine Philosophie, es ist nur Phrasengestammel, aber ich sehe es ähnlich. Die Frage ist nur, in welchem Zeitraum sich so etwas abspielt, aber es ist eine Götterdämmerung und das erkennt man ganz schlicht daran, dass diese linksgrüne Welt immer mehr um sich schlägt. Also die Aggressivität nimmt ungeheuer zu in den letzten Jahren und das ist ja ein gutes Zeichen im Grunde. Das ist ein Zeichen, dass sie sich ihrer Sicherheit nicht mehr wirklich so sicher sind, dass sie eben an Selbstsicherheit verlieren, dass sie das kompensieren durch Aggressivität und Gewaltneigung. Die schöne Formel, Hass ist keine Meinung, wird jetzt auch über Bord geworfen, denn alle Welt schreit jetzt, Hamburg hasst die AfD, München hasst die AfD. Also Hass wird wieder legitim offensichtlich und zwar gerade auf Seiten der Linken, der Guten. All das sind für mich gute Zeichen, ein positive Zeichen für einen baldigen Kollaps dieser Entwicklung. Also eine Art Augenöffner, dass jetzt die Leute merken, irgendetwas stimmt nicht mehr, wir müssen uns engagieren oder anders formuliert etwas schweizerisch, die Politik ist zu wichtig, als dass wir sie einfach den Politikern überlassen können. Deshalb müssen wir uns selber engagieren. Deshalb Demonstrationen, deshalb nicht mehr zu Hause einfach die Faust im Sack machen oder sich gar nicht mehr um die Politik kümmern. Erleben wir sozusagen ein schweizerisches Erweckungs- und Erleuchtungselement im Sinne eines Bürgerengagements in Deutschland? Also ich will nicht zu optimistisch in den ersten Minuten unseres Gesprächs schon werden, aber wir werden sicher nicht den Sprung zur direkten Demokratie und ähnlichen Formen schaffen, wie in der Schweiz. Aus vielen Gründen wird das nicht der Fall sein, auch aus mentalitätsgeschichtlichen Gründen in Deutschland nicht. Wir sind ein untertanen Land, immer noch in vielen Dingen. Aber es ist in der Tat so, dass die meisten Leute die Nase voll haben. Das sehen Sie ja auch an den wirklich katastrophalen Umfragewerten für die gesamte Ampel, also für alle drei Parteien. Und es ist im Grunde nur noch eine Frage der Zeit, bis sich dieser Widerstand in eine sinnvolle politische Form gegossen hat. Daran fehlt es noch. Das ist vor allen Dingen ein Versagen der CDU, die eigentlich ja durch Wahlergebnis prädestiniert wäre, die Führungsrolle in der Opposition einzunehmen, das aber aus verschiedenen Gründen leider nicht tut. Aber das wird nicht mehr lange dauern, dann ist dieser Protest auch politisch artikuliert. Und man sieht das auch daran, dass das, was Rot-Grün immer noch abläuft, immer stärker delegitimiert wird. Mittlerweile gibt es sogar Talkshows, die bei uns immer regierungsfromm bis zum Äußersten waren, die plötzlich es wagen, kritische Töne anzuschlagen, wenn mal jemand von der grünen Regierung da interviewt wird. Das war vor ein paar Jahren noch vollkommen undenkbar. Da war alles sakrosankt, was Rot und Grün war. Also allmählich, selbst der ultra-regierungsaffine ÖRR, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zeigt jetzt so gewisse Risse. Also man merkt auch, man kann diese Dogmatik nicht durchhalten. Die Leute nehmen das nicht mehr an und sie delegitimieren dann alles, was von der Regierung kommt und alles, was vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt. Und das will man im letzten Augenblick jetzt doch noch verhindern. Und so verspreche ich mir auch ein bisschen mehr an Diskursivität, an Argumentation, wenn erst mal das Geschrei verklungen ist, ein Geschrei, das jetzt durch diese Massendemonstrationen gegen rechts noch mal auf einen Höhepunkt kommt. Aber es lässt sich nicht auf Dauer stellen, jedenfalls nicht bis zu den nächsten Wahlen. Sie haben ja noch die 68er-Zeit erlebt damals, ich nehme an als Student, und das war ja auch eine Zeit der Aufgewühltheit, eine Zeit des Protests gegen die Regierung. Wie vergleichen Sie das, oder wie müssen wir das vergleichen mit damals? Haben Sie einen solchen Überdruss, wie wir ihn heute zu erkennen glauben, gegenüber der Regierung in Deutschland schon mal erlebt? Ja, das Lustige ist ja, dass damals wir es mit relativ konservativen Ideologieverhältnissen zu tun haben, konservativ im Ideen-konservativen Sinne, nämlich die Linken waren gegen die Regierung und haben protestiert. Und es waren die Jungen, die die Linken waren und die gegen die Regierung agiert haben. Die Regierungen waren konservativ oder waren rechts, oder wie immer man es nennen will, wurden jedenfalls als System affirmativ eingeschätzt. Damals war die Welt noch in Ordnung. Inmitten des Protests war die Welt noch in Ordnung. Man wusste noch, was Links bedeutet, man wusste noch, was System bedeutet und Ähnliches mehr. Das ist ja heute vollkommen anders. Die Regierung finanziert Demonstrationen für die Regierung gegen die Opposition. Also sehr viel absurder geht es eigentlich nicht mehr. Das kennt man eigentlich nur aus totalitären Staaten. Also DDR hat genau dasselbe gemacht. Übrigens mit der exakt selben Formel, nämlich gemeinsam gegen rechts. Also die Regierung und das Volk, das da auf die Strasse gebracht wird, demonstriert gegen rechts. Es ist auch interessant, was Sie sagen. Tatsächlich habe ich von einem Zuschauer von Weltwoche Daily aus Deutschland das Titelblatt des Neuen Deutschland, der DDR, der SED-Zeitung bekommen, die 1989 aufgerufen hat zum Widerstand gegen rechts. Das ist für mich jetzt oder von aussen betrachtet für einen Schweizer schon eine grosse, bizarre, fast schon groteske Situation, dass wir eine Regierung haben, einen Bundespräsidenten, der sozusagen zur ausserparlamentarischen Opposition gegen die parlamentarische Opposition aufruft. Also man könnte fast sagen, wenn es nicht so absurd wäre, ein nahezu genialer Trick eigentlich, eine ganz neue Facette in Deutschland. Also der ausserparlamentarische Opposition der Regierung gegen die parlamentarische Opposition. Ist das ein Schwächezeichen der Etablierten, der Regierenden? Ist das so fast schon ein Verzweiflungsaufstand hier der Regierung? Also man muss zunächst einmal ja anerkennen, dass es geschickt ist. Also wenn man schon den Vergleich macht, DDR-Ampelregierung, dann muss man zugeben, dass die Ampel sehr viel raffinierter arbeitet. Und ich glaube, nach einer Blaupause, die wir den Grünen verdanken. Denn die Grünen haben das ja schon immer geschafft, in der Regierung zu sein, in der Regierung gegen die Regierung zu agieren, nämlich gegen die zu langsam agierenden Elemente der anderen Parteien in der Regierung, außerparlamentarisch repräsentiert zu sein durch die sogenannten Non-Governmental Organizations und sich dann einzureihen in die Protestkundgebungen von Fridays for Future oder was auch immer. Das heißt also, dieses an den unterschiedlichsten Positionen der Gesellschaft gleichzeitig agieren, das haben die Grünen schon früher praktiziert. Und die Ampel ist jetzt ganz auf diesen Zug aufgesprungen, wie Sie das so wunderbar geschildert haben. Man ist, wenn man so will, in der Regierung, gegen die Regierung, mit dem Volk, das scheinbar gegen die Regierung ist, aber letztlich doch Propaganda macht für die herrschenden Verhältnisse. Also eine irre Inszenierung. Und zunächst muss man das mal bewundern, rhetorisch sehr geschickt gemacht, orchestriert von den Medien natürlich. Aber am Ende des Tages ist das natürlich auch ein Eingeständnis, dass man mit seiner Politik eine Bruchlandung erlebt hat. Die Wirtschaftspolitik hat sich als Katastrophe erwiesen. Die Gesellschaftspolitik, die eigentlich noch viel revolutionärer war als diese Degrowth-Politik der Grünen in der Wirtschaftspolitik, diese revolutionäre, kulturrevolutionäre Politik, die erleidet auch Schiffbruch. Und das hängt letztlich, und das berührt wieder ihren Vergleich mit 68, das hängt damit zusammen, dass heute eben kein durchdachtes Projekt da ist, sondern das sind absurde Ideen, die man herbeizitiert, vom Campus aus Berkeley oder wo auch immer, ohne irgendeine Kohärenz in diesen Gedanken zu haben, was ich letztlich in unserem berühmten Selbstbestimmungsgesetz ja sehr, sehr deutlich sieht, dass die absurdesten Blüten treibt. Und das merken die Leute. Also man muss kein Politologe oder Soziologe sein, um zu sehen, da stimmt etwas prinzipiell nicht. Und dieses Bewusstsein durchdringt allmählich die Bevölkerung und davor hat die Ampel zu Recht Angst. Ungeachtet dessen, dieser fast schon komödiantischen Elemente in der deutschen Politik, man könnte mit Dürrenwatt sagen, der Wirklichkeit ist nur noch mit der Komödie beizukommen, hat es doch auch einen ernsthaften Zug, einen fast etwas, jetzt für einen Schweizer, zumindest für Schweizer Augen, brutal wirkenden Zug. Also mir fällt auf, also die Auseinandersetzung, die Tonart, auch die scharfe, schrille Rhetorik gegen die Opposition, gegen alles, was rechts ist, das hat also in Deutschland schon eine, aus meiner Sicht, etwas beunruhigende Qualität angenommen. Das geht dann so weit, dass Teilnehmer an einer Konferenz, Sie haben da sicher auch gelesen, in Potsdam, wo eine private Veranstaltung irgendetwas diskutiert worden ist, die Teilnehmer sagen jetzt, das was da kolportiert wird, das haben wir gar nicht besprochen, egal, da wird also aus vollen Rohren gefeuert und ich lese in deutschen Zeitungen und Sie verzeihen, Herr Professor Bolze, wenn man sich als Schweizer dermassen einmischt hier, da fällt einem ja fast, da fällt einem fast der Laden runter, jetzt lese ich, das sei eine Wannsee-Konferenz 2.0 gewesen, also die Wannsee-Konferenz, meine Damen und Herren, das ist jene Konferenz gewesen, wo Vertreter der damaligen deutschen diktatorischen, verbrecherischen Regierung sozusagen, ja, die sogenannte Endlösung, also ich zitiere das hier, die Endlösung der Judenfrage diskutiert haben und das wird jetzt also gleichgesetzt mit einer Sitzung von Unternehmen, CDU-Mitgliedern, AfD-Mitgliedern, die sich vor allem mit Strategien beschäftigt hat, wie man sich da gegen die linke Meinungsegemonie auseinandersetzt. Also diese geschichtsblinden und auch sehr aggressiven Gleichsetzungen, was ist da los, warum übertreiben die Deutschen alles in diesem Ausmass? Nun, der Vergleich mit der Wannsee-Konferenz liegt eigentlich ganz auf der Linie dessen, was wir seit vielen, vielen Jahren beobachten. Früher hat man von der Auschwitz-Keule gesprochen, das heißt, und Sie kennen ja auch das Dauerphänomen, alles was rechts ist, ist nicht nur rechts, sondern rechtsextrem und letztlich Nazi. Also ob Sie, wenn Sie als rechts gelabelt werden, dann ist Rechtspopulismus der nächste folgende Vorwurf, dann Rechtsextremismus und dann eben Nazi. Das ist ein Slippery Slope, ein Abhang, den man runterrutscht, ohne dass man was dagegen tun kann. Das ist uralt, oder sagen wir mal nicht uralt, das ist fast so alt wie die Bundesrepublik. Aber das führt zu dem entscheidenden Punkt, wie ich glaube, um zu verstehen, was in Deutschland passiert und was in dem Ausmaß in anderen westlichen Ländern eben doch nicht passiert. Und das hängt mit dem Identitätsproblem der Deutschen zusammen. Sie haben eine Identität, aber nur eine negative. Das Einzige, was der Deutsche über sich noch auszusagen weiß, ist nie wieder. Also das, was mal war, als wir politisch größenwahnsinnig waren, das darf nie wieder passieren. Gott sei Dank, das war eine sehr wichtige Einstellung. Aber mehr gibt es auch nicht zu sagen über Deutschland und über die Deutschen. Sie können sich nur identifizieren mit dem Anti, mit dem Nein. Nie wieder das, nie wieder das, das tun wir nicht. Und das betrifft alle möglichen Gesellschaftsfelder und Lebensfelder. Das betrifft auch die Technikfeindschaft beispielsweise der sogenannten Progressiven bei uns. Die Growth ist ein Wort, das negiert, also Wachstum negieren. Wir wollen schrumpfen, wir wollen nicht mehr wachsen. Deindustrialisierung, wir wollen diese ganzen technischen Zwänge nicht mehr, wir wollen da heraus. Und insofern haben Sie da einen gemeinsamen Nenner fast aller, wie soll man sagen, Phänomene, die spezifisch deutsch sind. Sie sind alle Anti, sie sind alle Negation, sie sind alle ein Nein zu, aber es gibt keine einzige positive Identifikationsmöglichkeit. Nur noch anekdotisch das eine. Gerhard Schröder, als er Kanzler war, hat einmal gesagt, als es um den Euro ging, das ist ein großes Problem mit dem Euro. Warum? Weil die Deutschen sich immerhin noch mit der D-Mark identifizieren können. Ja, also es gab das Wunder von Bern, es gab das Wirtschaftswunder, es gab dann die großartige D-Mark und ja, vielleicht noch die deutschen tollen Autos und all das gibt es nicht mehr oder soll es auch nicht mehr geben. Das heisst, für einen Deutschen gibt es im Grunde kein einziges positives Identifikationsangebot, was sich letztlich darin niederschlägt, dass Patriotismus ein Schimpfwort in Deutschland ist. Wir kommen gleich auf dieses hochinteressante Stichwort der Identitätskrise zurück. Sie haben das wunderbar beschrieben, sozusagen von der berechtigten Selbstkritik angesichts der Geschichte, ist ja jeder Deutsche, zumindest die, die ich kenne, haben eine selbstkritische Haltung, das hat natürlich allen schwer zu denken gegeben von der Selbstkritik, fast etwas zur Selbstzerfleischung jetzt in diesem Modus, aber vielleicht noch eine ganz kurze Anschlussfrage, ist es heute in Deutschland für Konservative schwierig? Muss man sich als einer, der sich als rechts bezeichnet, also nicht links sein will, sich nicht als mittig da positioniert, sondern einer, der sagt, ich bin rechts und konservativ, müssen sich heute die Konservativen in Deutschland warm anziehen? Ist es ungemütlich geworden? Sie sind auch ein Autor, ein Akademiker, der sich prononciert, äussert, spüren Sie das? Also ist man da sozusagen immer unter Beobachtung sozusagen belauert von den schiesscharten Gesichtern? Naja, was mich persönlich betrifft, ist die Sache ja längst gelaufen, jeder weiß, wer ich bin und ich habe ein Label und insofern muss man mich nicht mehr beobachten, die Leute wissen schon, mit wem Sie es zu tun haben, aber das ist natürlich ohne Zweifel so, Herr Köppel, dass diejenigen, die konservativ empfinden und die noch nicht wie ich ein alter weißer Mann sind, der sich auf sein Rententeil zurückziehen kann und da auch sicher ist, also das ist ja splendid isolation auch in einer gewissen Weise, also alle die, die noch mitten im Leben stehen, Verantwortung haben für eine Familie, für ihre Kinder, die noch Karriere machen müssen, für die ist konservativ zu sein ein Karriererisiko, kann man wirklich sagen, denn da bei uns konservativ ja eben wie gesagt schnell auf den slippery slope rechts, rechtsextrem Nazi führt, es ist ja noch nicht einmal die konservative Partei unserer Parteienlandschaft in Deutschland, nämlich die CDU, mehr bereit sich als konservativ zu markieren, ja also das, die, diese grüne CDU, Wüst, Günther hat schon ausdrücklich gesagt, die CDU ist keine konservative Partei, Merz kann sich übrigens dagegen nicht durchsetzen, der hatte das mal versucht, wieder die Konservativen für die CDU zu gewinnen, also es ist offensichtlich im Bewusstsein, im politischen Bewusstsein der Elite unmöglich einen positiven Begriff von Konservativismus zu erzeugen, das natürlich angesichts der Tatsache, dass unendlich viele Menschen nach wie vor konservativ sind und ich glaube auch, dass das schlicht ein Zeichen von Intelligenz und Lebenserfahrung ist, dass man im Lauf des Älterwerdens in Richtung Konservativismus tendiert, ja also von links nach rechts sich zu bewegen, das ist eigentlich ein Zeichen von Intelligenz, die Dummen erkennt man meistens, dass sich von rechts nach links bewegen und im Alter solche, wie soll man sagen, Revoltierkreise werden, wie das Marquardt mal so recht gesagt hat, davon haben wir ja mittlerweile auch einige, also insofern haben sie recht mit der Vermutung, als Konservativer hat man einen schweren Stand, also man versucht das auch ein bisschen zu vertuschen und das privat zu halten, die eigenen konservativen Meinungen, allerdings wie gesagt, der Zwang zum Rot-Grün-Sein, den finden doch mittlerweile so viele unerträglich, ja dass sie sich in diese typische Gegenwartssituation hinein manövriert sehen, nämlich nicht zu wissen, was sie wählen sollen, um Nein zu sagen zu dem, was im Moment passiert, ja, also AfD kann man nicht wählen wegen ihres braunen Rands, der immer dicker wird, die CDU ist gar nicht oder will gar nicht konservativ sein, die Ampel will man auf keinen Fall, die Linken kommen erst recht nicht in Frage, ja was jetzt, ja, was soll eigentlich ein konservativer Mensch heute wählen, das finde ich eine der spannendsten Fragen unserer Gegenwart, in Deutschland, in anderen Ländern gibt es diese Option, konservativ zu wählen, aber bei uns haben die Politiker alle Angst, gewissermaßen dieses Feld zu besetzen. Hochinteressant, statt Programmen, statt konservativen Ideen, Feindbilder und Brandmauern, die konservativen Teile davon mauern sich jetzt hinter Brandmauern ein, ist das eine erfolgreiche Strategie, Ihrer Meinung nach? Nein, das ist natürlich eine Katastrophe, nicht für alle Parteien, für die Roten und Grünen ist es gut, für die CDU, auf die man ja dann als Konservativer letztlich immer wieder die Hoffnung setzt, ist es eine Katastrophe. Einfach deshalb, weil nichts Rot-Grün mehr stärkt als eine starke AfD. Denn gerade die Stärke der AfD, solange sie noch so, sagen wir mal, im Bereich bis zu 30 Prozent dürfte das gerne so bleiben für Rot-Grün, das würde die gar nicht stören, denn damit gräbt die AfD im Grunde der Opposition durch eine CDU-FDP-Regierung eine mögliche, das Wasser ab. Ja, also die werden niemals eine ausreichende Mehrheit finden, sodass immer gewährleistet ist, dass Rot und Grün irgendwie mit an der Regierung beteiligt sind. Selbst wenn die katastrophalen Umfragewerte für Rot-Grün bestehen bleiben, die wir im Moment haben, wäre an der nächsten Regierung auf jeden Fall wieder entweder Rot oder Grün oder sogar beide beteiligt mit der CDU zusammen. Das heißt also, wie gesagt, Nein sagen zu dem, was im Moment passiert, können sie fast nicht. Und das ist, glaube ich, ein Effekt der Brandmauer gegen die AfD, denn diese Brandmauer erzeugt ja auch die Trotzreaktion bei denen, die wütend sind und verzweifelt sind, zu sagen, ja jetzt erst recht, jetzt wählen wir die erst recht. Aber wird da nicht auch eine gewaltige Schindluderei mit der eigenen Geschichte betrieben, wenn man jetzt eine AfD als Nazi-Partei bezeichnet. Ich blicke jetzt ja auch nicht in alle Geländekammen der AfD hinein. Ich persönlich, aber das ist jetzt nicht meine Meinung, die zählt, ich persönlich finde es ja völlig unseriös, wenn man damals, das von damals, diese mordenden Schlägerbanden und totalitären Demokratieabschaffern, wenn man das überträgt auf die heutige Zeit, auf AfDler, wo ja viele, auch im Parlament, Leute, Handwerker, da gibt es Mathematiker mit Harvard-Abschluss und so weiter, warum leisten die Medien nicht mehr Widerstand gegen diese Verketzerung, gegen diese Schindluderei mit der Geschichte, wir haben es auch bei Wannsee 2.0 gesehen, das ist ja auch eine Verharmlosung der Geschichte, da sind wir ja wieder im Historikerstreit, da hat immer gesagt, du darfst die Nazis nicht durch eine Vergleichbarkeit verharmlosen, heute sind alles Nazis, das heisst, die Nazis können ja gar nicht so schlimm gewesen sein, wenn heute alles Nazis marschieren, was ist da eigentlich los, ist das eine Folge von Mangel der Schulbildung oder wie erklären Sie sich diese Geschichtsblindheit, diese Verketzerung? Bei vielen Leuten ist es tatsächlich Geschichtsblindheit, vor allen Dingen bei den Jugendlichen, die massenhaft auch auf den Straßen sind, da ist es einfach auch eine Bildungskatastrophe 2.0 könnte man sagen, aber das betrifft nicht die Medien, obwohl es bei denen auch unendlich viele Bildungskatastrophen gibt, aber die Medien verfolgen ein klares Programm und die Antwort auf Ihre Frage ist eigentlich wahnsinnig simpel und empirisch, nämlich fast alle Medienvertreter bei uns sind rot-grün, die meisten grün, aber viele auch noch rot, so wie das früher immer war, ich kann mich erinnern, als ich nach Essen kam, erste Professur, hat man mir gesagt, glauben Sie ja nicht daran, dass der WDR, also die Zentrale Anstalt der ARD, dass das ein Rotfunk sei, das ist ein Mythos. Ich war elf Jahre dort, das Ergebnis der elf Jahre Erfahrung, genauso ist es, es ist ein Rotfunk gewesen und der heißt, wäre heute wahrscheinlich eher ein Grünfunk, aber ich glaube über 90 Prozent all derer, die ausgebildet werden in Richtung Journalismus sind rot-grün, hat man empirisch leicht erhoben und immer wieder erhoben, das ist einfach ein Faktum, sodass man sich nicht wundern kann, dass die jetzt natürlich alles tun, um ihre Traumregierung so lange wie möglich an der Macht zu halten. Die Journalisten haben zum ersten Mal in Deutschland die Regierung, die sie sich immer erträumt haben. Also Rot-Rot-Grün wäre noch schöner gewesen, aber die FDP, die kann man irgendwie in Kauf nehmen und die sind ja auch mittlerweile auch woke. Also diese Tatsache, das ist was Neues. Die Journalisten stehen nicht mehr gegen die Regierung kritisch, sondern sie sind euphorisch und machen Hofberichterstattung. Ein medial-gouvernementaler Komplex. Genau, ganz genau. Ich nenne das immer politisch-mediale Elite. Das gibt es. Gegen diesen Ausdruck haben viele kritisch eingewandt. Was ist daran elitär? Das sind doch Dummköpfe zum grössten Teil. Das ist leider Gottes wahr. Aber funktionell sind sie eben doch die Elite. Sie haben den Zugang zur Macht und sie haben den Zugang zur Öffentlichkeit. Sie kontrollieren diese Zugänge sehr erfolgreich. Insofern muss man das ernst nehmen, auch wenn die einzelnen Figuren wirklich lächerlich sind, oft lächerlich sind. Stichwort Identitätskrise. Machen wir mal einen Schritt zurück und schauen wir dieses zum Teil etwas absurd wirkende Theater und Spektakel. Ich will es nicht verharmlosen. Es hat ja, wir haben darüber gesprochen, ernsthafte Konsequenzen. Versuchen wir mal etwas die tieferen Ursachen hier zu ergründen. Sie haben das Stichwort Identitätskrise gebracht. Das ist auch mein Eindruck. Ich glaube, dass wir in Deutschland beobachten, dass viele Selbstverständlichkeiten der klassischen Bundesrepublik, die ja eine unglaubliche Erfolgsstory ist. Also wenn man mal schaut, was von 1945 bis heute Deutschland alles erreicht hat, da kann man ja stolz sein, da sind ja unglaubliche Dinge erreicht worden. Aber viele dieser Selbstverständlichkeiten sind fragwürdig geworden. Zum Beispiel die Europäische Union, einst sichere Rückfallbank, heute Problemherd, Währungsunion, Eurofinanzierung, Schuldenkrise, Migrationspolitik, die Vereinigten Staaten von Amerika. Ist die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika immer im Interesse von Deutschland? Sollte Deutschland mit Waffen sich da an diesen Konfrontationen beteiligen? Ja oder nein? Ich meine, man kann das beantworten auf verschiedenen Seiten. Ist Deutschland eher eingebunkert, eingebunden in die Westallianz oder aber mit Willy Brandt auch etwas nach Osten ausstrahlend, eine Brückenfunktion, westöstlicher Divan, dann der innere Zusammenhalt. Wie geht wir mit dem Osten Deutschlands um? Sind das Demokratiefeinde, Verfassungsfeinde, wie da der Bundespräsident gesagt hat? Und dann natürlich auch noch, ja, nach dem Brexit, ja, wie gehen wir mit Frankreich um, mit dem Zentralismusmodell der EU? Und zu guter Letzt, dann will ich die, etwas meine ausführliche, beziehungsweise Frage oder Stellungnahme abschliessen. Dann natürlich auch die Frage, welche Demokratie wollen wir? Wollen wir eine Demokratie nach dem platonischen Elitenmodell, dass sozusagen die Erleuchteten vorgeben, was der Konsens ist und jeder, der dagegen ist, ist ein Demokratiefeind? Oder wollen wir eine Demokratie nach dem schweizerischen Bild hier der Wiege der Eidgenossenschaft, die von unten nach oben kommt? Also ich beobachte in Deutschland eine ganze Reihe von hoch faszinierenden, wichtigen Grundfragen, die betreffen die Frage, wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir. Was sagen Sie zu dieser These der Identitätskrise und wie kommt man aus dieser Identitätskrise wieder heraus? Sie haben in einer vorherigen Frage schon einen Teil der für mich richtigen Antwort gegeben auf diese Frage, nämlich Ihr Stichwort, glaube ich, war Umschlag von sehr berechtigter und notwendiger Selbstkritik in Selbstzerfleischung. Ich glaube, das war Ihre Formulierung, so würde ich es auch sehen. Ich sage meistens Umschlag in Selbsthass. Und das ist allerdings eine Entwicklung, die nicht nur Deutschland betrifft, aber bei uns alternativelos ist, gewissermaßen. Es gibt da kaum Gegengewichte und Gegenstrebungen, während andere Länder, die ein ähnliches Problem in einem speziellen Zusammenhang haben, wie Frankreich, England, Amerika, auch ein Gegengewicht haben und identitätsbildend deshalb nach wie vor wirken können. Worum geht es nämlich? Es geht um unsere Erbsünde, wenn Sie so wollen. Bei uns waren es die Nazis, also der Antisemitismus der Nazis, die Judenverfolgung und Judenvernichtung. Bei den Amerikanern war es der Kolonialismus, bei den Franzosen, Engländern genauso. Bei den Amerikanern kommt noch der Rassismus hinzu. Alles tiefe Traumata, die jetzt allmählich, vor allen Dingen auch über akademische Wege, immer wieder wachgerufen werden, erinnert werden, aufgearbeitet, wie man bei uns früher gerne gesagt hat. Und diese notwendige Aufarbeitung, denn es ist ja richtig, über Kolonialismus des 19. Jahrhunderts nachzudenken, es ist ja richtig, über den Rassismus in Amerika nachzudenken und darüber Konsequenzen zu spekulieren. Und es ist erst recht richtig, über die Nazizeit nachzudenken und daraus Konsequenzen zu ziehen. Aber in all diesen Fällen sieht man, dass die richtige Selbstkritik sich immer mehr zuspitzt in Richtung Selbsthass. Also man verbietet dann, sich mit der eigenen Geschichte noch zu identifizieren. Man reißt mittlerweile Denkmäler nieder von großen Gründerfiguren, etwa der amerikanischen Demokratie in Frankreich. In England geschieht das in regelmäßiger Folge. Die Namen großer Figuren der Geschichte werden, ja, nicht nur entauratisiert, sondern werden zu Tabus, ja, die dürfen gar nicht mehr genannt werden. Bücher verschwinden aus den Bibliotheken, wir kennen das ja alles aus der Cancel Culture und ähnliches mehr. Das heißt also, ein ursprünglich sehr sinnvoller Impuls der Selbstkritik pervertiert zu Selbsthass. Und das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen. So was kann man nur in dem Treibhaus der Gefühle stabilisieren, das die Universität im Wesentlichen darstellt oder Bildungsinstitutionen, wo man über Jahrzehnte hinweg existieren kann, ohne mit der Realität konfrontiert zu werden und vor allen Dingen nicht mit der Realität, sich selber ja für die eigene Subsistenz sorgen zu müssen, weil man von staatlichen Zuschüssen liegt. Also diese Treibhauskultur des Selbsthasses hat eben leider Gottes einen enormen Einfluss auf die öffentliche Selbstdarstellung, sodass am Ende sogar Staatsoberhäupter sich dem unterwerfen müssen. Und diese Bußrituale, die wir in den letzten Jahren überall beobachten, ja, also ob vor den Aborigines oder vor den Zigeunern oder vor wem auch immer, die zeigen im Grunde, dass die Politiker, ich glaube in Form von Heuchelei, aber immerhin sehen, wir müssen uns diesen Ritualen des Selbsthasses unterwerfen, sonst kriegen wir eine schlechte Presse. Also das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Woher kommt diese Selbstzerfleischungsideologie? Wieso kann das eigentlich plötzlich aufbrechen? Und Sie, als auch Ideenhistoriker, Sie haben sie auch mit der Geschichte der Säkularisierung, mit der Geschichte der Religion auseinandergesetzt, das wirkt fast etwas wie diese Selbstgeissler da, auch in der religiösen Geschichte. Woher kommt diese Selbstzerfleischungsideologie und an welche vielleicht anderen Epochen der Geschichte erinnert Sie das? Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass es mal eine Epoche gegeben hätte, in der diese Selbstzerfleischung gewissermaßen nicht nur ein ritueller Bestandteil religiöser Praktiken war, sondern selber die komplette Ersatzreligion. Genau das haben wir nämlich heute. Man muss sich auch überlegen, worin dieser Selbsthass dann konkret besteht. Er besteht ja nicht darin, dass man zerknirscht ist als Aktivist über sich selbst und die eigene Schuld, sondern dass man sich in einer Anklägerposition betrifft und den Rest der Gesellschaft beschuldigt. Also der Selbsthass ist sozusagen für die, die ihn dann ausdrücken, eine Art Instrument der Selbsterhebung. Ganz genau. Indem Sie diesen Hass aussprechen, erklären Sie die anderen zu teufeln und sich automatisch zu heiligen. Ganz genau. Das ist genau der Mechanismus. Man bringt sich in die Anklägerposition und in die Richterposition, hat dabei auch noch das gute Gefühl, die schlimmsten Selbstvorwürfe formuliert zu haben. Aber man ist eben der einzige Reuige, der einzige Sünder, der Reue zeigt. Und alle anderen sind offenbar noch die Unbekehrten, die man eben dann entsprechend auch in die Hölle verweisen kann, was ja im Moment buchstäblich geschieht. Also die man dann auch mit gutem Gewissen hassen darf. Das ist wirklich ein Mechanismus, den man wahrscheinlich nur theologisch begründen kann. Ich denke oft, wenn ich die Gegenwart betrachte, Theologen sind mehr gefragt als Soziologen, um zu verstehen, was da eigentlich geschieht. Ganz interessant. Also wir wagen uns hier ja auf auch neues Gelände jetzt vor, denn diese Selbstverfleischungsideologie, die Sie sehr schön beschrieben haben, die ist ja tatsächlich zu einer Art Ersatzreligion geworden, zu einem machtvollen Narrativ, dass tatsächlich Leute, die da ins Visier kommen, die Existenz erschweren, wenn ich gar verunmöglichen kann. Ausgrenzung, Verketzerung sozusagen. Ein Scheiterhaufen, ein Virtueller wird da aufgezogen. Jetzt beobachte ich gleichzeitig, jetzt vor allem auf der konservativen Seite der Politik, auf der bürgerlichen Seite der Politik eine Art Sprachlosigkeit. Also ich sehe bei der AfD eine grosse Virtuosität, wenn man so will, des Presslufthammers, eine Virtuosität der Verneinung, eine Virtuosität der Polemik und auch der Kritik an diesen jeweiligen politischen Akteuren. Aber ich sehe nichts oder wenig, jetzt auch bei einer FDP oder bei einer CDU, ich sehe eigentlich keine positive, inspirierende Erzählung. Ich sehe keine Politiker, die den Deutschen Mut machen, die den Deutschen eine andere Erzählung anbieten, als dieses Selbstverfleischungsmärchen, das da aufgetischt wird. Und jetzt die Frage an Sie, Herr Professor Bolz, wie müsste Ihrer Meinung nach so ein Narrativ aussehen? Was müssten eigentlich die sprachlosen Politiker sagen, wenn sie nicht selber auf den Feindbildern herumreiten, wenn sie sich nicht ergötzen in der Zerlegung der Ampelpolitiker, was ja irgendwie nach dem ersten Mal auch langweilig wird, wenn man es immer wieder hören muss, wie schlecht und angeblich umfähig alle sind? Was wäre das positive Narrativ? Was wünschen Sie sich, was die deutschen Politiker den Leuten erzählen würden? Wie könnte man die Deutschen inspirieren? Was wäre die Gegenerzählung zur Selbstverfleischungsideologie? Ich würde sagen, man müsste zunächst einmal fragen, was würde uns denn wieder auf den richtigen Weg bringen? Das ist nicht unbedingt dasselbe. Und das ist aber eine Erklärung für dieses Vakuum, das geistige, intellektuelle Vakuum, in dem wir da auch leben. Denn was uns zurückbringen würde auf den richtigen Weg, wäre tatsächlich wieder eine Wertschätzung von Normalität und gesunden Menschenverstand. Aber die Wörter muss man nur aussprechen, um zu merken, sie haben keinen Sexappeal. Ja, damit kann man die Leute nicht faszinieren. Aber im Grunde geht es ja tatsächlich darum, im Grunde ein Niveau wieder zu gewinnen, das wir schon einmal erreicht hatten. Und zwar nicht nur intellektuell in Ideen politisch, sondern eben auch real alltagspraktisch. Nämlich wieder das Niveau des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des wirtschaftlichen Wachstums. Ich meine, gerade wenn Sie die große Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg angesprochen haben, hebt man ja genau darauf ab. Das war wirklich die Erfolgsgeschichte schlechthin. Deutschland war auch schon im 19. Jahrhundert geradezu eine führende Macht im wissenschaftlich-technischen Bereich. Zunächst wissenschaftlich, dann aber auch wissenschaftlich-technisch. Bis spät ins 20. Jahrhundert hinein ist es auch dabei geblieben. Wirtschaftlich wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der absoluten Katastrophe in wunderbarer Windeseile wieder eine geradezu Weltmacht des Wirtschaftslebens. Und wir haben Jahrzehnte gebraucht, um das auf Null zu bringen. Also sowohl das wissenschaftlich-technische Niveau als auch das wirtschaftliche Niveau. Da sind wir Gott sei Dank noch nicht ganz bei Null. Aber im Grunde müssten wir dahin zurück. Wir müssten wieder einen positiven Begriff von Fortschritt, einen positiven Begriff von Wachstum, ein affirmatives Verhältnis zur Technik und vor allen Dingen auch zur Wissenschaft entwickeln. Aber nur anekdotisch die kleine Klammerbemerkung noch. Als Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Chef, einmal gesagt hat, wir, die SPD, wir müssen wieder für Fortschritt einstehen, hat man ihn sofort zurückgepfiffen, parteiintern. Das ist dann sofort von der Agenda verschwunden. Also Fortschritt, nein, um Gottes Willen, doch nicht. Und ich glaube, das ist unser Hauptproblem, denn da waren immer unsere Stärken. Wir waren technisch-wissenschaftlich enorm stark, wir waren wirtschaftlich enorm stark. Wir haben es erfreut an den Fortschritten, die wir gemacht haben aus der Katastrophe des 0.45 bis hin zum Wirtschaftswunder und auch den immer noch goldenen 80er oder 90er Jahren. Ja, das ist dann abgerissen und ja, dazu müssten wir zurück. Aber das klingt eben nicht besonders sexy. Müssten die Konservativen, die bürgerlichen Politiker in Deutschland, ich spinne jetzt ihren Gedanken weiter, müssten die nicht einfach wieder vergegenwärtigen, das ist das, was mich immer beeindruckt hat, jetzt als Aussenstehender, müssten die nicht einmal diese wahnsinnige Erfolgsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg als gesamte Erzählung bringen. Wenn man zu stark ins 19. Jahr runtergeht, dann hat man natürlich immer die Fortsetzung, wo das dann hingeführt hat, das ist sehr schmerzhaft, melancholisch, aber ich verstehe nicht, müssten die deutschen Konservativen, die bürgerlich erzählen, 45, 49, Ludwig Erhard, dann Adenauer, dann aber auch Willy Brandt und Egon Bahr, wie die die Osterweiterung, wie sie sozusagen auch die Hand wieder ausgestreckt haben in Richtung Sowjetunion. Dann hat man das geschafft mit der Wiedervereinigung, man hat die Europäische Union aufgebaut und finanziert und man hat das Ganze mit einer unglaublich stabilen demokratischen Kultur sozusagen auch wirtschaftlich dann entsprechend begleitet. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum die bürgerlichen hier nicht auf diesen gewaltigen, fast mythischen Schatz von Erzählungen zurückgreifen, dass man sich da sozusagen in der Sterilität von irgendwelchen Detaildiskussionen oder eben Feindbildbewirtschaftungen und Brandmauern verliert, müsste die sprachlose, konservative, bürgerliche Politik nicht viel mehr zurückgreifen auf diese faszinierende Volksgeschichte der Bundesrepublik. Absolut. Herr Köppel, wir haben ja im Grunde schon die Antwort darauf gegeben, warum das nicht geschieht. Es geschieht darum nicht, weil diese Geschichte ja eine Geschichte des Stolzes wäre. Willy Brandt hat das gesagt, wir sind stolz auf unser Land. Also ein SPD-Kanzler, wir können stolz sein auf unser Land. Das durfte man damals noch sagen, heute wären sie ein Rechtsextremer, wenn sie sowas sagen würden. Stolz aufs eigene Land, das ist ja Patriotismus. Patriotismus würde ja bedeuten, ich liebe Deutschland, ich identifiziere mich mit Deutschland. Habeck ist geradezu berühmt geworden mit dem Satz, er kann mit Deutschland nichts anfangen. Also wir werden regiert von Leuten, die mit Deutschland nichts anfangen können. Leben wir in Deutschland in besonders traditionsvergessenen Zeiten? Leben wir in der panischen Raserei des Augenblicks? Wir sind nicht nur traditionsvergessen, sondern wir haben Tradition bewusst vernichtet. Man sieht das wirklich daran, dass im Grunde die Curricula gewissermaßen purgiert werden von allem, was sagen wir mal vor 1970 passiert ist. Also Autoren, die vor Simone de Beauvoir geschrieben haben, spielen eigentlich gar keine Rolle mehr. Alles Gute kam danach, alle Intelligenz kam danach. Jürgen Habermas macht es im Grunde überflüssig, dass man sich mit Hegel oder Kant oder mit Platon beschäftigt. Also diese Gegenwartsfixiertheit, also diese Vorstellung, alles Gute ist ein Ergebnis der allerletzten Jahre. Und alles, was vorher war, ist im Grunde rassistisch, vorurteilsbehaftet, intolerant und nicht divers, wie man vor allen Dingen sagen würde. Kant gilt ja mittlerweile als Rassist und ähnliche lustige Dinge mehr. Also all das ist nicht nur Traditionsvergessenheit, sondern bewusste Traditionsvernichtung. Man will nicht mehr, dass es einen Zugang zu dieser Welt gibt, vor 1970, um mal ein Datum zu nennen, oder von 68. Und das führt eben dazu, dass wir im Grunde ständig mit Politikern und Journalisten konfrontiert werden, die dann auch schlicht keine Ahnung mehr davon haben, die gar nicht mehr wissen, was da passiert ist. Ganz zum Schluss, wir biegen auf die finale Kurve sozusagen dieses Interviews ein. Ganz herzlichen Dank, hoch faszinierend, hoch lehrreich. Vielen Dank, Herr Professor Bolz. Ein letztes Thema möchte ich noch wirklich knapp anschneiden, fast unseriös knapp, weil man könnte eine eigene Sendung darüber machen. Sie haben sich auch mit der Religion beschäftigt, sie haben sich mit Luther beschäftigt, mit der Geschichte des Protestantismus, mit der Verwältigung der Bedeutung natürlich eben auch des Religiösen. Ich war im Vatikan kürzlich. Ich bin zwar kein Katholik, aber fasziniert. Und ich habe dort mit vielen Kardinälen gesprochen und die haben mir gesagt, wissen Sie, das grosse Problem heute ist auch, wir leben in einer Welt, wo das Christentum zu Schanden geritten ist, wo man den christlichen Glauben verliert. Natürlich Missbrauchsskandale, all diese Dinge, die geben den Leuten natürlich Zweifel auf, aber es geht ja alles noch viel tiefer. Wir leben ja auch in einer, wenn man so will, gottvergessenen Zeit. Das Christentum ist weg. Auch eine der faszinierendsten Erzählungen, ich sage es jetzt mal bewusst etwas agnostisch, eine der ganz grossen Erzählungen, der christliche Glaube, dass die Wurzel sozusagen unserer Kultur ist wie wegradiert. Ein schrumpfendes Residuum von irgendetwas, was schon exotisch wirkt. Was hat das für eine Auswirkung? Was bedeutet es eigentlich für Europa, für Deutschland, für eine Schweiz, wenn wir den christlichen Glauben verlieren? Was löst das aus und hat vielleicht das, was wir heute in der Politik sehen, auch etwas mit diesem Glaubensverlust vielleicht zu tun, mit dieser christlichen Krise? Das glaube ich in jedem Falle. Eine Folge dieses Schrumpfens des Christentums ist in jedem Fall dies, da die Menschen ja ohne Religion gar nicht leben können. Ich muss vielleicht ganz hinzufügen, Schrumpfen des Christentums in Europa, in Asien, Afrika, Südamerika geht das weiter. Entschuldigung, Klammer geschlossen. Absolut richtig. Also das, wenn man so will, das Schrumpfen des Christentums in der westlichen Welt bis an die Grenze der Bedeutungslosigkeit, das hat ja nicht zur Folge, dass die Leute Atheisten werden. Oder das Atheist zu sein ist was sehr Schwieriges, schafft kaum jemand. Sondern sie sind religiös in anderer Weise. Sie suchen nach Ersatzreligionen. Also die ganz harmlosen interessieren sich für Buddhismus oder Yoga oder so irgendetwas. Und die meisten interessieren sich für die grüne Ersatzreligion. Die Gaia, die Mutter Erde, die man anbeten kann, der man irgendwelche rituellen Kultopfer bringen kann. Also die Grünen haben das Angebot, der es als Religion sehr erfolgreich gemacht. Und das funktioniert für 15 Prozent der Wahlberechtigten offenbar hervorragend. Aber um einen positiven Satz am Ende unseres Gesprächs wenigstens auch zu dem Thema zu bringen. Ich habe gerade ein Buch fertig gemacht mit dem Titel Christentum ohne Christenheit. Und das drückt genau das aus. Ohne Christenheit soll heißen, es gibt so gut wie gar keine wirklich gläubigen Christen mehr in der westlichen Welt. Aber das Christentum selbst hat sich sedimentiert. Das hat sich abgelagert in unserer Kultur. Und zwar in fundamentalen Dingen. In unserer radikalen Vorstellung von Individualismus. In unserer westlichen Vorstellung von Freiheit. Auch in den Formen von Demokratie, die wir haben. Und vor allen Dingen natürlich in unserem absoluten Dogma der Menschenrechte. Das ist ohne Christentum vollkommen undenkbar. Es gibt es auch in keiner anderen Kultur. Das gibt es wirklich nur in der westlichen Kultur, in der Radikalität und in der stolzen Form, mit der wir das heute verteidigen. Das heißt, es gibt auch heute massenhaft Verteidiger des Christentums, ohne zu wissen, dass es sich um Christentum handelt. Und die glauben, die Menschenrechte seien vom Himmel gefallen oder durch Intelligenz einzelner Leute entwickelt worden. Nein, das ist Christentum im Kern. Die meisten können es nur nicht mehr identifizieren. Herr Professor Bolz, ganz herzlichen Dank. Da haben Sie schon den Steilpass gespielt für eine neue Diskussion, die uns beschäftigen wird. Denn meine Damen und Herren, jetzt darf ich mich auch noch mal ins Bild rücken. Ich glaube, hier bei Weltwoche Daily, ganz herzlichen Dank, versuchen wir immer auch die Grundfragen der Gegenwart in vertiefender Art und Weise zu packen, zu erfassen, sie auch zu inspirieren, sie auf Themen zu heben, die vielleicht etwas verschüttet sind. Ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken, Herr Professor Bolz. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich vor dieser wunderschönen Landschaft der Wiege der Eidgenossenschaft. Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit, die Sie uns gewährt haben und unserem Gast der heutigen Sendung. Machen Sie es gut, bis bald, bleiben Sie dran und bleiben Sie ja mit Professor Bolz, zuversichtlich auch im Anblick der gelegentlichen politischen Finsternis. Bis bald. ă Neu-đeinăt ă neu-ă nauc auna